1. Alle Kanten versäubern, 2. Die seitlichen Vorderteile an das mittlere Vorderteil nähen, Nahtzugaben in die seitlichen Vorderteile legen und flachsteppen, 3. Die Applikation vorbereiten, siehe Seite 42, Applikation auf das Vorderteil büg, Klammer auf, Bügeltuch auflegen, Klammer zu, mit Steppstichen knapp neben der Zickzacknaht festnähen, 4. Die Schulternähte schließen, 5. Die Halsausschnittkante 7 mm breit säumen, siehe Seite 44, 6. An den unteren Ärmelkanten je einen Gummizug einnähen, siehe Seite 43, 7. Die Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, 8. Jeweils die Ärmelnaht und die Aitennaht durchgängig schließen, 9. An den Rückteilen die hintere Mitte schließen und einen Klettverschluss anbringen, siehe Seite 43, 10. Die untere Kante des Shirts circa 1 cm breit säumen,